guten morgen und herzlich willkommen zur neuen folge von staxel wir sind gerade an der süderweiterung von unserem feld hier hinten damit wir ein bisschen platz haben und vor allem die sprinkler optimal aus nutzen können also weil wenn wir hier einfach noch ein sprinkler in der reihe haben und der in die eine richtung gar nichts bewässern muss ist das natürlich ein bisschen blöd vielleicht machen unser feld vielleicht ein bisschen größer dann auch mal gucken nein erst mal nicht erstmals wir haben jetzt mal haben wir ganz entspannt 25 sprengler gekauft sprengler sprengler ihr wisst was ich meine orangenen dinger hier und ich habe erst noch gedacht das war ein bisschen zu viel vielleicht auch weil die 400.000 gekostet haben aber es ist genau aufgegangen perfekte planung präzise ausgeführt ja besser geht es gar nicht so spielen wir hier professionell bis zum geht nicht mehr hier ist stein runter das ist unpraktisch aber das können wir ändern ist ja gar kein problem wir haben hier schließlich eine spitzhacke wir haben zwar nicht unseren bergarbeiter hut auf aber ja und wir müssen vor allem noch immer einen kuchen backen den rührkuchen ich wollte eigentlich zwischen den vor bleiben gucken wie das geht aber ich habe es nicht gemacht so meister haben wir noch einstecken wir haben aber auch perfekt dann wird unser mais fällt hier komplett die 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 zweite reihe hinten wächst halt ein bisschen langsamer also einen tag langsamer um genau zu sein. Aber das ist in Ordnung, glaube ich. Das ist in Ordnung. Damit können wir leben. So, dann können wir nämlich gleich mal gucken, wenn wir hier die alle eingepflanzt haben, wie viele Plätze unser Feld überhaupt bietet. Wir hatten 990 Packungen Maisamen gekauft. Und je nachdem, wie viele wir gleich übrig haben, wissen wir natürlich Bescheid, was da geht. So. Und so, 990, 790, 719 Plätze hat unser Feld. Das ist ungerade. Das finde ich ein bisschen strange, aber gut. Ich meine, es sind ja auch ungerade an Sprenglern drin. Daher kann es ja durchaus eine ungerade Zahl an Pflanzen sein. So, dann bauen wir mal unseren Zaun wieder hier hin. Das war nicht so geplant. Ich will natürlich, dass der Zaun weitergeht. So. So. Ja, scheiß mal auf das Gras. Das ist in Ordnung. Das darf hier noch wachsen. Der Zaun wird natürlich natürlich wieder ungerade. Das ist langes Gras und das ist gar kein Gras. Deswegen ist der Zaun ungerade. Ähm, beheben wir aber nicht jetzt. Ja, wir machen jetzt einfach mal den Zaun. Wir müssen eh wahrscheinlich dann noch im Keller ein paar Zaunstückchen holen. Ich glaube, wir haben noch ein paar von diesen kurzen Gartenzäunen hier. Und ja. Das beheben wir dann irgendwann mal. Der Zaun ist eh ein bisschen unnütz natürlich. Weil Oh, ich habe keinen mehr vor allem. Ähm, weil ja, von draußen kann ja jeder reinkommen. Da ist ja einfach nur ein dickes, fettes Etwas. Äh, also dickes, fettes Etwas im Sinne von einem Hügel. Und, äh, an diesem Hügel kommt man natürlich ganz entspannt vorbei. Ich wollte Zaun. Zaun ist theoretisch hier irgendwo. Ich weiß, dass wir noch Zaun hatten. Hier niedriger Holzzaun, grober Holzzaun, niedriger Holzzaun. 50 Stück, ja optimal. Das, äh, reicht ganz entspannt aus. Gut, ich hätte mal nachgucken können, wie viel wir genau brauchen. Und dann hätte ich dementsprechend nur die paar mitnehmen können. Aber das wäre langweilig. So, und so, und das hier ist eine wunderschöne Ecke. Vier Stück haben wir gebraucht. Gut, dann ist unser Feld hier erstmal bestellt. Das Feld ist bestellt. Yay. Gut, Zaun da rein. Erde brauchen wir aktuell nicht. Ich glaube, die ist noch übrig von unserer Aktion, dass wir hier drüben angefangen haben, für die Bäume Platz zu schaffen. Rotes Blütenblatt. Haben wir auch ganz schön viele. So, mal gucken, was unsere Himbeeren sagen. Ja, Tön. Ah, aus den Himbeeren kommen auch Kapstachelbär Büsche. Von denen haben wir ja ein paar. Haben wir die Blaubeersamen auch einstecken? Haben wir nicht. Doch, haben wir. Da sind sie. Dann würde ich sagen, wir holen noch die Kapbeeren. Die anderen. Kapbeeren. Oh yeah. Und dann pflanzen wir eine Runde Bücher ein hier oben. Erstmal die Himbeeren. Die sind ja hier drüben. Zehn Stück haben wir. Wie viele haben wir? Zwölf. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Ocht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Die sehen so schön aus, die Samen. Mit dem Rot und dem Grün und dem dunklen Grün. Herrlich. Herz aller Liebst. So. Und so. Eins. Und zwei. Hier die Blaubeeren. Hier machen wir jetzt auch mal den Doppelreiher. Weil das macht ja einfach nur Sinn. Ähm. Klappt ja bei den Himbeeren super beim Ernten. Also warum sollten wir es nicht hier auch machen? So. Blaubeeren. Ich finde die Kombi aus Rot und Grün ja schöner. Wie die Pflanze. Deine Mutter braucht mehr. Oh da ist schon einer. Gut. Ich habe nichts gesagt. Die Pflanze braucht mehr Platz zum Wachsen. Kann ich akzeptieren. Ist ja vermutlich so. Ne. Wollen wir ja nichts sagen. Hier kurz mal. Wenn wir die Erde ja Gott sei Dank noch einstecken. Das ist natürlich auch eine Option. Wir machen einen großen Erdblock dazwischen. Damit da einfach eine klare Trennung zwischen Busch und Busch stattfindet. Und niemand sich da auf die Füße getreten fühlt. So. Blaubeer Busch rein. Blaubeer Busch rein. Blaubeer Busch. Alter. Ohne dass ich gezählt habe. Perfekt abgemessen. 1, 2, 3, 4. So. Ich würde fast sagen. Wir haben ja hier schon eh eine zweite Reihe. Das heißt hier kommt eine zweite Reihe. Das heißt hier kommt eine zweite Reihe. Das heißt 1, 2, 3 sind dann frei. Das heißt 1, 2, 3. Das heißt hier ist die erste Reihe an Cup. Stachelbeeren. 2, 3, 4, 5. Bin ich ja mal gespannt. 1. Ja die haben jetzt natürlich Geld mit drin. Los. Wachsit. Vielleicht können wir diesen Herbst noch Cup Stachelbeeren ernten. Nice, nice, nice. Nice, 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 nice. Gut. Erst mal ins Bett gehen. Gute Nacht. Yay. Spiele. Hol den Ball mit deinen Haustieren. Indem du einen Ball hältst. Mit deinen Haustieren interagierst und dann den Ball wirfst. Geiler Tipp. Rufus hat ein Geschenk mitgebracht. Mal gucken was der Gute uns gebracht hat. Yay. Ein Kapuzen Pullover. Davon haben wir kaum welche. Danke Rufus. Danke, danke. Super, super Geschenk. Man kann sich im neuen Update, wenn es draußen ist, kann man sich auch ein Dings bauen. Einen Tierladen. Wo man wohl auch andere Haustiere kaufen kann. Also außer die standardmäßig Hund und Katze. Und Kostüme für die Tiere. Ich hoffe es gibt ein Piratenkostüm. Ich würde Rufus gerne ein Piratenkostüm anziehen. Ich finde das wäre angebracht. Ich weiß nicht wie ihr das seht. Ist mir eigentlich auch relativ egal. Rufus kriegt ein Piratenkostüm. Muss man ganz klar sagen. Da habt ihr gar kein Mitspracherecht. Der Mais wächst und gedeiht. Es regnet. Es ist Herbst sehr gut. Was will ich anderes erwarten? Es regnet einfach durchgängig wahrscheinlich. Die nächsten 347 Tage in diesem Spiel. Kann man mal machen. Muss man nicht, weil es kacke ist. Aber kann man mal machen. Scharfschere, Melkmaschine. Guten Tag. Ah, sind wir wieder ein bisschen verstummt. Futter-Spender ist leer. Ja, das sehe ich auch. Ein bisschen kacke sammeln. So. Melkmaschine. Scharfschere. Scharfschere. Wird gemolken. Melkwirt. Ist beschäftigt. So. Esther. Esther. Dumm. Bäh, wird rasiert. Ohne Sound. Das sind stumme Rasuren. Gut, wir haben hier glaube ich alles getan, was wir tun können. So. Scharfschere. Da rein. Und ab geht die Box. Bienchen haben noch einen Tag. Ja. Können wir was ernten? Nope. Nope. Das braucht alles noch ein bisschen. Es wächst noch prächtig. Wunderbar. Eine Eichel nehmen wir natürlich mit. Gut, gut, gut. So, ich würde fast sagen, wir gehen jetzt eine Runde shoppen. Und zwar Baumsahnen. Das ist bei einer einen. Als allererstes sollten wir uns natürlich die kaufen, die jetzt gerade wachsen. Also, viermal Drachenfrucht. Viermal Kokos. Ne, viermal. Neunmal Kokos. Vielleicht haben wir auch noch welche am Start. Kurz mal nachgucken. Möchtest wir so im Angebot haben. Kotzenrübe. Kotzenrübe. Die gute Kotzenrübe. Birne, Birne, Gurke, Birne, Gurke, Wackelköpfe ohne Hände. Keller. Keller haben wir auch noch Samen. Baumbeerbussamen. Baumbeerbussamen. Ja, die können wir auch einpflanzen. Ah ne, die können wir nicht, weil Herbst ist. Wassermelonen, Kohl, Aubergine. Wir haben keine Baumsamen mehr. Hier bin ich. Doch hier, Mangos haben wir noch. Gut, aber Mangos brauchen wir jetzt aktuell ja nicht. Das hier kann mal kurz weg. Das kann auch weg. Das finde ich schön. Im Herbst erkennt man das zumindest farblich, was was ist. Wir müssen das nach da und das kommt dann da rüber und das kommt dann da hin. Dann können wir nämlich den da hin tun. Und die Hecke kommt natürlich dann hier hin. Wir haben ein bisschen was, ne? So, so ein ganz kleines bisschen. Maissamen kommt noch hier unten, brauchen wir ja aktuell nicht. Pilze können wir oben noch abgeben. Pilze. Wolle, Milch, Meerpilze, Meerpilze, Meerspeck. Speck. Pilze, Pilze, Wolle. Alter, was eine Kuchenarmee. Ich bekomme langsam echt Lust auf Kuchen. Gut, dann gehen wir mal ein bisschen shoppen. Mal gucken, was es da so im Angebot gibt. Natürlich könnten wir auch einfach die Früchte verwenden, um die Pflanzen über den Samenhersteller zu machen. Aber können wir auch sein lassen. Weil ich meine, wir haben das Geld. Warum sollten wir das nicht ausgeben? Warum sollten wir das Geld nicht unter die Leute bringen? Sind ja die Steuereinnahmen vielleicht auch ein bisschen höher hier. Da freut sich der gute Maximilian. Limettenbaum weiß ich gar nicht, ob er... Apfelbaum können wir mal zehn Stück mitnehmen. Haben wir nämlich noch nicht. Auberginen, Zwiebeln, Rote Beete, Himbeerbursch, Blaubeerbursch, Karotten, Kartoffeln. Limetten haben wir? Haben wir genug Limetten? Ich glaube nicht, aber ich bin mir nicht sicher. Limettbieren hatten wir so viele. Das war das Grüne, wo wir so viel davon hatten. Limetten fehlen uns neun Stück, glaube ich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Jetzt müssen wir nur aufpassen natürlich, dass wir es an der richtigen Stelle pflanzen. Aber, vielleicht habe ich hier den Magic-Zettel irgendwo rumliegen. Jetzt sollten wir doch früher oder später, ich glaube hier ein bisschen schlecht, weil ich nur auf W drücke und währenddessen den Zettel suche. Ist das Grüne, da war ein Pilz. Wir müssen kurz umgehen. Der Pilz. So, das hier dürfte der Limettenbaum sein, könnte aber auch der Zitronenbaum sein. Ich bin unschlüssig. Wo zur Hölle ist der Zettel? Hier ist ein kleiner Zettel. Ich glaube, der Konfitüre steht auf diesem Zettel. Das ist definitiv der falsche Zettel. Leute, das ist hier eine Zettelbitte. Ich habe den richtigen. Ja, sind wir mal froh, dass wir es nicht gemacht haben, weil das hier vorne sind Zitronen. Ähm, Birnen, Mangos, ja. Ich glaube hier, das hier wären die Limetten gewesen und wir haben schon ein paar davon. Das ist jetzt natürlich unpraktisch. Wir haben ein paar davon. Kakao, Banane, Kiwi, Drachenfrucht. Das sind Kokosnüsse nur und das da hinten, Pfirsich. Was habe ich da aufgeschrieben? Auf meinem Zettel steht... Nicht Pfirsich, definitiv nicht. Drachenfrucht. Warte, wir schreiben jetzt mal auf Drachenfrucht. Kokosnüsse, Kokosnüsse, Pfirsich. Dann nach hinten machen wir Apfel hin. Ein Apfelbaum. Eins, zwei, drei haben wir natürlich nicht mehr frei. Dann müssen wir hier mal kurz ein bisschen was wechseln, sind. Wechseln, sind. Und wir können gleich mal gucken, ob wir die Samen zurückgeben können. Weil ich nicht hätte spüren können, dass wir so viele Limetten haben. Aber gut. Aber gut, wenn das Spiel uns das sagt, was es ja tut, beziehungsweise unser Zettel sagt uns das, dann wird das schon stimmen, weil sonst hätte ich das ja so nicht aufgeschrieben. Flop, flop, flop. Ja, nimm es halt mit. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Okay, einen brauchen wir noch. Das ist in Ordnung. Kann man mit leben. Jetzt müssen wir hier nochmal ein bisschen randalieren. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Gut, ein Apfelbaum. Ach, Gott sei Dank, der braucht nur drei. Können wir hier direkt weitermachen, das ist ganz praktisch. Können wir? Ja, ich glaube, Sensen können wir auch so. Flop. Sehr schön. Können wir schon mal ein paar Bäumchen pflanzen. Eins, zwei. Drei. Jetzt müssen wir hier natürlich ein bisschen brachial in die Natur vorgehen. So, schön hier. Ja, die Erde wegmachen, Erde wegmachen, alles weg da. Das ist natürlich Stein drunter. Wer hätte das erwartet? Ähm, ja, ich hätte es erwartet. Ich will mal gucken, was passiert. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Sehr schön. Flop, flop. Wie auch immer, der dahin geflogen ist. Ähm, haben wir eine Axt dabei? Natürlich haben wir eine Axt dabei. Wir haben ja immer alles einstecken. Flop, ein bisschen Holz haben wir auch noch gemacht. Es lohnt sich einfach nur. Es lohnt sich einfach nur, ab und zu mal ein bisschen den Baum zu schlagen. Hier ist auch noch Holz. In der Erde. So, gucken, was passiert. Was wir alles weghauen. Oh, ich befürchte fast, wir müssen diesen geilen großen Baum wegmachen. Ja, müssen wir. Müssen wir vermutlich. Hm, ungeil. Aber gut. Wir sind Farmer. Wir brauchen das Land. Und das Land kann froh sein, dass wir nicht Brand roden. Aber gut. So ist das. Gut, 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 gut. So. Und klick, 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 klick. Kannst du mit der Erde auffüllen? Haben wir ja auch was auf Tasche. Wunderbar. So, schöne Erde, 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 Erde. Die Erde, die ist da. Oh, ja. So. Einmal hier Erde weggemacht. Und dann hier einmal aufladen, aufladen. Und bam. Voll die Wucht mit der Hacke reingehauen. Also beim Erde wegschaufeln, da verstehe ich ja noch, dass man sagt, gut, da kann man mit mehr Wucht mehr erreichen. Beim Steine wegkloppen verstehe ich das auch. Aber wie ich das mit einer Hacke schaffe, die durch mehr Wucht ja nicht größer wird, das verstehe ich nicht. Ganz ehrlich, verstehe ich nicht. Ähm, falsche Sekte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, hier passt eins hin. Sechs Stück brauchen wir noch. Fünf Stück brauchen wir noch. Ich habe ja noch die Hoffnung, dass der Baum stehen bleiben kann. Aber ich befürchte fast, das wird nicht der Fall sein. Ah, wobei, er könnte, ah, er könnte Glück haben. Er wird vielleicht seine Wurzeln wieder ein bisschen noch verlieren. Aber, äh, das ist ja das, das geringere Übel. Ah, das, der komplett gefällt wird. Weil der radikale Bauer-Yogi kommt. Steine haxt. Flipp. Einmal ein bisschen ausgehoben. Okay, das hat sich nach rechts erweitert, das ist okay. Ähm, das stört mich jetzt nicht so großartig. So, 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 so. Dem. Dem, dem, dem. Schaufel. Weggeschaufelt. Einfach mal weggeschaufelt. So. Was machen wir jetzt? Äh, wir nutzen natürlich die Hacke. Wir nutzen die Hacke. Um hier den Boden aufzulockern. Hui. Apfelbäume. Eins. Einer fehlt noch, eins. Ah, einer fehlt noch. Gut, aber das, das dürfte kein Problem sein. Wir sind noch nicht am Baum dran. Also, seine Wurzeln natürlich schon. Die müssen wir kurz weghacken. Finde ich eigentlich ganz cool, dass die Wurzeln auch so tief ins Erdreich reingehen. Ja. Nicht wie in anderen Spielen, wo die Bäume halt nur oberflächlich sind. Sondern, ja. Wurzeln sind realistisch, ja. Die existieren. Hat man hier gleich mal mitgemacht. Oder der World Gen ist einfach abgefuckt und deswegen, äh, funktioniert das. Gut. Die haben wir eingepflanzt. Yay, Tageslicht. Und bei Gelegenheit mal alles hier natürlich noch wegmachen. Nicht jetzt. Ähm, genau. Und ich wollte gucken, ob wir die Limettensamen zurückgeben können. Weil, ähm, ja, die brauchen wir ja nicht. Wir haben ja hier schon ein paar Bäumchen. Drückt mir die Daumen. Ob das geht oder nicht, gibt es erst nächste Folge, weil die Folge ist vorbei. Dementsprechend euch vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ihr dürft uns gerne auch abonnieren. Ansonsten, ja, wenn ihr Fragen, Anregungen, Wünsche habt, ab in die Kommentare. Ähm, die Insel habe ich noch im Kopf. Keine Angst. Und morgen um 13 Uhr gibt es die nächste Folge. Euch bis dahin eine wunderbare Zeit. Haut rein. Und bye, bye. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.